Musik 2014 findet die Jahreshauptversammlung aller Europe Direct Informationszentren aus ganz Europa, heute sind das 28 Mitgliedstaaten, wir haben über 570 Anmeldungen, findet in Bonn statt. Das Treffen ist ganz wesentlich ein Netzwerktreffen. Das sind Leute, die sind Experten in der Europäischen Kommission, die machen das seit Jahren. Aber natürlich jeder hat seine eigenen Ideen, seine eigenen Rezepte und das sollen die hier austauschen. Deswegen viel Workshops, Open Space Meetings, wo sie von Tisch zu Tisch wandern und sich austauschen. Wie machst du das denn in Estland? Aha, und das klappt, kann ich ja bei mir in Griechenland auch mal probieren. Und dann, ach, Slowenien, das ist doch ein tolles Projekt, das können wir vielleicht in Katalonien auch mal umsetzen. Das Treffen ist einfach eine Möglichkeit, auch die europäischen Partner kennenzulernen oder auch wiederzutreffen, um die Kontakte aufrechtzuerhalten, um vielleicht über Projekte zu sprechen und um auch zu besprechen, wie kann man vielleicht auch die Akteure vor Ort zusammenbringen. Mir ist natürlich auch sehr wichtig, mit Experten der Europäischen Kommission zusammenzutreffen, weil man hier auch neueste Pläne und Entwicklungen erfährt und gerade was Fachpolitiken angeht, dann auch die Informationen mitnehmen kann, um das für die eigenen Jahrespläne umsetzen zu können. Wir sind in Europa in einer Umbruchs- und Übergangsphase. Es entwickelt sich einiges in den Institutionen, neue Kommission, neues Parlament. Wirtschaftlich kommen wir aus der Wirtschaftskrise so langsam heraus. Es tut sich was, auch außerhalb Europas. Und in dieser Zeit des Umbruchs und der Veränderung braucht man Anker der Stabilität. Und diese Anker der Stabilität sind eben diese Europa-Direktzentren, die wir in ganz Europa haben, in Deutschland allein 54 davon. Und das sind jene Pole Europas oder jene Ankerpunkte Europas, die mit den Bürgern im täglichen direkten Kontakt stehen. Und Kommunikation, das ist sicher, ist und bleibt für Europa zentral.